hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft stoneblock 3 da guckt euch das an irgend so ein witzbold hat ihr sämtliche sachen fast fertig gemacht die immersive engineering ist noch offen aber ist alles andere interstell vorkommen kropf haben auch kein mensch wurde gemacht weil es halt noch zu machen war nur damit ich nichts zeigen kann so power hätten wir noch euch das ding machen ein player transmitter wenn ich so mache und dann brauche ich das ding dafür brauche ich halt eine areal pearl wenn ich die bauen kann ich bauen und dich bauen wieso kann ich jetzt nicht bauen die soll ich jetzt benutzen mit einem husk oder einem zombie ok ich glaube die waren nicht botanien die waren netter farming ne ich glaube hier finden wir zombies irgendwo oder zombies nachher hier nicht auf der karte ich sehe zwar mich nicht auf der karte aber ich denke ich bin immer in der mitte ne und skelett sehe ich zombie warte mal denn nicht hier noch reaktor erder festung müsste hier irgendwo sein hier war doch irgendwo ein eingang hier ne ja also ich muss die perle so ne zombies kommt raus hier noch mehr als zombies ah komm her ja super hab ihn eingefangen jetzt kann ich doch warte das ding bauen oder nicht äh nee das muss ich bauen ein zombie husk ja gehen wir mal nach hause boom okay dann player areal pearl habe ich so und weiter so die war hier irgendwo drinnen ähm kann ich dich jetzt bauen ich kann dich bauen so super chapter completed power okay das war jetzt nicht fehl weiter geht's power aber natürlich was muss man hier noch bauen die dinge auch nie mag ich nicht project i jetzt wird schwierig mit was fängt das denn an vielleicht erst mal mit dem buch äh nee eher nicht nee nee was denn was denn was machen wir denn exploration ein paar power ist immer durch und den dingern da haben wir echt genug immersive engineering okay und wenn ich das ding bauen will advanced processing okay metal press metal press ich weiß ungefähr wie es funktioniert aber metal press press ähm metal press ne metal press metal press geht nicht wie es gemacht wird immersive engineering okay aber da gibt es doch so ein warte mal gab es doch so ein tisch metal press wo steht denn dieser tisch geht er hier rum warte immersive engineering richtig so metal press engineers so jetzt muss ich was machen ich muss so ist drin okay ich hätte gerne ähm warte sonst muss ich doch da gucken metal press ähm workbenches nee power wires generator simply machines simple machines hier muss doch irgendwo die metal press tesla coil item router nee das war es nicht heavy machines commander arc furnace excavator da ist sie doch die metal press okay dazu brauche ich warum ist das jetzt so klein so brauche iron sheet paper und blue dye iron sheet paper und blue dye so iron sheet iron sheet iron sheet iron sheet iron sheet paper 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 und blue dye okay blue dye auch so ähm wie war das jetzt aufgebaut muss ich echt nochmal gucken ne iron sheet blue dye paper iron sheet blue dye paper das kommt auch hier hin ne also iron sheet paper blue dye wann hab er dann ne kommt das hier hin wann er das ach so baue ich moment moment mal moment mal so baue ich die dinger ne oder blue dye beim blue dye ist noch ein table drin ne okay okay zack da mach ich mal ein paar eins genau zu um genau zu sein eins ne zwei drei vier fünf muss ich die einzelne da rein tun naja okay da habe ich mich wohl verlesen aber egal wir kriegen das hin so es gibt metal press mold aha und hier ist das okay ich will aber die metal press bauen ich das mache okay so okay kann ich da hoch gehen kann ich da runter gehen äh ja wo steht hier was ich brauche ah ein piston zwei steel scaffoldings ein piston zwei steel scaffoldings nee ich ja mach so piston ein piston aber ich muss doch zuerst die schematic machen oder nicht ein piston steel scaffoldings äh äh zwei steel steel scaffoldings und dann weiter ähm oh shit redstone engineering block heavy engineering block okay redstone engineering ähm g was das ne redstoff redstoff engineering engineering redstone engineering block da ist er okay ein oder ich nehme die viermal raus äh und heavy engineering block ja heavy heavy engineering block oh äh ja jetzt geht das schon wieder los steel ingot und hammer hammer wieder einmal machen hammer 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 64 und dahin so was wird jetzt noch so das gleiche okay vier stück sollten reichen ähm die dinger und dann haben wir es doch oder da ist er der heavy engineering block und am ende war es noch warte ähm zwei conveyor builds okay zwei conveyor builds build wear build habe ich so wie geht das hier kann ich hier das hier gleich so eingeben was war das jetzt noch was wollte ich bauen vergessen metalpress okay warte mal das buch war ja hier drin metalpress metalpress moldgear metalpress mold packaging ne 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 das hier ist metalpress molds ne das ist ja falsch ich hätte ja gerne nur äh banner patterns okay hier raus banner patterns metalpress metalpress molds warum sind das alles metalpress molds banner patterns ach so engineering 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 arc furnace wo sind die dinger ich brauche ja warum habe ich jetzt so viele davon gebaut okay äh banner patterns nee protection nee auch nicht arfting komponente oder metalpress molds das sind ja nur die die molds wenn ich so ding baue ich mache jetzt alle mal durch okay ich werde jetzt alle bauen so äh äh das ist ein banner blut brauche ich nicht das hier ist ein projektil brauche ich nicht crafting komponenten ja was weiß ich denn mache ich das mal noch kommt da unten hin die kommen da hin so crafting komponenten fehlt mir arc furnace elektroden das macht für mich alles gar keinen Sinn irgendwie nicht so du da hin was kann ich da jetzt bauen okay mhm mhm nee das hat irgendwie nichts damit zu tun komm mal hier target table nee workbench stand doch da ich weiß es nicht wo ist das buch wo ist das buch was ist da drin okay ich hätte gerne liebes buch ich hätte gerne das ding gebaut ne okay okay und dazu brauche ich metalpress molds ähm ja hatte ich das nicht metalpress molds das war das raus das raus das raus und da war hier so ein iron sheet ne so metalpress molds das müsste es sein glaube ich mal wenn ich dich jetzt da reinlege metalpress molds das sind ja nun die molds ich will das hier aufbauen achso ich muss gucken ich glaube ich weiß es ähm ich bin ja so dumm ne das ding ist ich muss es aufbauen ich hab ja alles dabei zum aufbauen ne also scaffoldings ich brauch das buch zum nachgucken okay buch zurück zurück äh start hause so scaffolding scaffolding äh und in der mitte das redstone ding ne also scaffolding scaffolding und in der mitte so ein redstone ding ne so dann kommt hier das band hin der piston zeigt nach unten okay band piston zeigt nach unten piston zeigt nach unten irgendwie mach ich das so und dann den piston vielleicht eventuell unten so dran das war es nicht will den piston nach unten zeigen lassen muss ich das vielleicht so machen ja das hat funktioniert komme ich natürlich nicht mehr hier raus okay piston nach unten kann mit dann band hier hin so und oben kommt wahrscheinlich das ding hin ne so jetzt habe ich es kapiert so und dann müsste ich mit dem engineers hammer wo ich den noch hammer warte der hammer so hammer ist das ja das so den müsste ich jetzt glaube ich hier drauf klopfen irgendwo und rechts klick da 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 wo drücke ich denn jetzt ist das der richtige hammer was haben wir denn sonst noch just hammers just hammers das stimmt nicht hier ist doch merce of engineering müsste der doch müsste der ein schriften er ist es auf jeden fall das hat ja jetzt funktioniert hier fehlt noch was glaube schon ich glaube hier muss noch so ein band hin oder in die richtung so jetzt aber metal press gebaut sehr 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 schön gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen dann mache ich die nächsten maschine dauert bestimmt genauso lang gehabt sich gut und tschüss tschüss